Ich wünschte, ich hätte dich abgetrieben. Du bist noch fetter als dein Bruder. Oder du treibst mich noch in den Ruin. Sind ziemlich heftige Aussagen. Wer solche oder ähnliche Sätze in seinem Leben schon einmal hören musste, kann einem wirklich leid tun. Denn es ist nicht nur sehr verletzend, in jungen Jahren so etwas hören zu müssen, sondern kann auch schlimme, psychische Störungen mit sich ziehen. In diesem Video erfährst du acht toxische Beispiele, die Kinder niemals von ihren Eltern hören sollten, sowie die schwerwiegenden Folgen, die daraus resultieren können. Im letzten Punkt erfährst du den schlimmsten Satz, den man niemals sagen oder hören sollte. Die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder erziehen, was sie zu ihnen sagen, wie sie sich in ihrer Gegenwart verhalten und was sie ihnen vorleben, bildet die Grundlage für die Persönlichkeit eines Kindes und beeinflusst maßgeblich die Glaubenssätze sowie das Verhalten. Die meisten Menschen denken, dass nur körperliche Gewalt als Misshandlung gilt, doch es gibt auch seelische Misshandlungen. Wer psychische Gewalt bewusst anwendet, will seine Opfer klein machen. Verängstigen oder Demütigen, um Kontrolle und Macht über sie zu gewinnen. Tatsächlich gibt es solche Eltern, die diese verletzenden Verhaltensweisen ausüben. Meist wollen sie dadurch ihre Autorität und ihre Macht demonstrieren. Aber die meisten Elternteile verletzen ihre Kinder unbeabsichtigt und meinen es eigentlich gar nicht böse. Manchen rutscht ein toxischer Satz im Alltagsstress schnell mal versehentlich über die Lippen. Andere projizieren unterbewusst die Probleme aus ihrer eigenen Kindheit auf ihre Nachkommen, ohne es zu merken. Oft sind Eltern auch einfach überfordert und wissen sich nicht anders zu helfen. Die folgenden Äußerungen können Kinder bis ins Erwachsenenalter negativ prägen und massive psychische Schäden mit sich ziehen. 1. Beleidigende Worte und Aussagen Beleidigende Worte und Aussagen wie Du bist einfach ein Tollpatsch oder Das schaffst du bestimmt nicht vermindern in großem Maße das Selbstwertgefühl eines jungen Menschen in seiner Entwicklungsphase. Häufig geraten Kinder dadurch auch in den Teufelskreis einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. 2. Kritik an Äußerlichkeiten Kinder neigen dazu, alles zu glauben, was Eltern ihnen sagen. Mit Aussagen wie Du bist zu dick oder zu dünn oder ähnlichen Sätzen wird ein Kind aufgrund seines Aussehens abgewertet und gedemütigt. Das Kind wird sich dann nicht mehr wohl in seiner Haut fühlen und es entsteht ein falsches Körpergefühl, gepaart mit einer großen Unzufriedenheit. Eine logische Schlussfolgerung ist, dass dieses Kind versuchen wird, mit allen Mitteln sein Aussehen oder seinen Körper zu verändern. Daraus können schwerwiegende Essstörungen und andere psychische Erkrankungen resultieren. 3. Kritik an der Verhaltensweise Wer ständig das Verhalten seines Kindes kritisiert, ruft bei ihm das Gefühl hervor, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Sätze wie Benimm dich endlich mal anständig kann das Kind nicht richtig deuten. Daher denkt das Kind, sein Verhalten sei grundsätzlich falsch, selbst wenn die Andeutung ironisch oder sarkastisch gemeint war. Dies kann dazu führen, dass Betroffene Angst davor haben, in der Nähe von anderen Menschen sie selbst zu sein. Möglicherweise werden sie sich ihr Leben lang verstellen und niemals ihre Persönlichkeit frei entfalten können, aus Sorge, andere könnten sich über sie lustig machen. Häufig ziehen sie sich auch einfach zurück in ihr Schneckenhaus. 4. Das Anstellen negativer Vergleiche Äußerungen wie Warum kannst du nicht so sein wie die anderen Kinder? Oder Deine Geschwister sind wesentlich einfacher als du, haben ein vermindertes Selbstwertgefühl zufolge. Aber nicht nur das. Ein Kind wird denken, niemals gut zu sein, egal wie sehr es sich auch anstrengen mag. Vor allem ein Vergleich unter Geschwistern kann problematisch werden, da sich die Beziehungsverhältnisse innerhalb der Familie negativ verändern können, bedingt durch Neid und Missgunst. 5. Das Gefühl geben, eine Last zu sein Wer als Elternteil seinem Nachwuchs das Gefühl gibt, eine Last zu sein, wird damit erreichen, dass das Kind versucht, alle Probleme wegzudrängen und Bedürfnisse sowie Gefühle unterdrückt. Das können Äußerungen sein wie Du bist ziemlich anstrengend oder Du kostest mich ganz schön viel Geld. Kinder werden ein Verhalten entwickeln, um diesen Ärger zu umgehen und können schnell in eine kriminelle Ecke abdriften und eine gewisse Gewaltbereitschaft entwickeln. 6. Leere Versprechungen machen Ein Klassiker, der nicht nur toxischen Eltern zuzuordnen ist, sondern den häufig viele Mütter und Väter falsch machen, sind Versprechungen wie Wenn du dies tust, kaufe ich dir jenes. Letztendlich werden diese Versprechungen aber niemals eingehalten. In solchen Fällen fühlen sich junge Menschen betrogen und hintergangen. Falsche Versprechen lehren ein Kind, anderen nicht mehr zu vertrauen. 7. Drohungen, sein Kind zu verlassen Wenn Kindern gedroht wird, sie im Stich zu lassen, entstehen dadurch sehr große Verlustängste. Wer als Kind beispielsweise häufiger zu hören bekommt Ich werde dich verlassen oder ähnliche Aussagen kann später möglicherweise sogar paranoide Tendenzen entwickeln. Meist leiden auch spätere Beziehungen darunter, da kein ausreichendes Vertrauen mehr aufgebaut werden kann, bedingt durch die ständige Angst, verlassen zu werden. 8. Das Schlimmste, was man sagen kann Ein Satz, den man niemals laut aussprechen sollte, lautet Ich wünschte, du wärst niemals geboren worden. Solche oder ähnliche Aussagen können schwerwiegende Störungen sowie Suizidgedanken nach sich ziehen. Niemand will das Gefühl haben, er sollte nicht auf dieser Welt sein oder hat es nicht verdient, am Leben zu sein. Daran zerbricht die kleine Seele. Fazit Worte bewirken weitaus mehr, als man denkt. Vor allem Kindern bleiben Worte im Gedächtnis. Eltern sollten nie den Fehler machen, zu glauben, Kinder würden etwas ohnehin nicht hören. Selbst wenn sie nur spielend neben dem Esstisch sitzen und abgelenkt wirken, hören sie nicht nur sehr genau, was Erwachsene sagen, sondern speichern dies auch ab, was wiederum Auswirkungen auf Glaubenssätze, Persönlichkeit und Verhalten hat. Das war der Beitrag zum Thema 8 toxische Sätze, die Kinder niemals hören sollten. Welche schlimmen Sätze musstest du dir in deiner Kindheit immer anhören und wie haben sie dich geprägt? Und findest du dich als Elternteil in dem einen oder anderen Beispiel wieder? Teile gerne deine Erfahrungen, damit auch andere Betroffene davon profitieren können.